Willkommen zum Neupart von Let's Play Gold Abends Multiplayer Moin Moin wir alle Seiten Klein Doktorie mit dem anderen Waffen Set ja mit Waffen Set B Schrotflindelt Hansa Faust und Spülern hat auch immer noch der 26. 9. und wir schreiben die Uhrzeit 13.8 13.19 Uhr Ohr 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 Alter Angriff Ja jetzt hat der hier oder was Jo Ohr Ohr Sportler 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 Ohr 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 Klinik Rudolf was du du in meinen Fäße aber richtig derbe ich hab gesehen wo du gespawntest fuck alter boah nein lol jawoll ich hab nicht ausdicht die granate gesehen wow der wer ja genau sonst noch ein paar wünsche lol end im gelände shit wir unten ja 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 genau ist ja hat ich sie erwischt das ziel mit meiner üben damit ne ja ne hast mir nicht eingestanden ne 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 ja genau zieh ich Jetzt kommt er runter, geht doch nicht. Nein! Seh ich grad unten, oh ne jetzt hat er die Kacke da, jetzt bin ich wieder unten. Ah leck mich doch. Mach's warten. Ja ja, passiert. Alter, jalla. Wo bist du denn? Mach ich hab keine Muni für den scheiß Panzerfaust. Boah, nein, ich spür die Hälfte. Boah. Ja, fick dich doch, du. Humpner. Alter, ja, fährt erstmal hoch. Das habt ihr gesehen, ich glaub so. Ja, hab ich auch. Das ist ne Kunde. Ich bin da, du. Ich fahr den Fahrschuh auf. Ja. Nein, ist er. Ne, da hinten ist er. Fuck. Alter, ich seh gar nicht. Ja, ne, ich hab gar nicht gesehen, wo die ganze Explosion, ey. So ein Scheiß. Ich hab noch 12. Haha. Fick dich. Wo bist du? Da. Nein. Ja. Ne, 12. Was willst du mit 12? Ja, stimmt auch wieder. Ja. Komm runter. Ich bin da unten. Oh, wo denn? Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich treff mich immer selber. Fuck, fuck, fuck. Fuck! Keine Mund mehr. Bööö. Fuck. Jutti! Wuhuu! Wuhuu! Jaaa! Miaoo! Hi! nee hinter dir ich bin hinter die gespawnt ja immer da wo ich gerade nicht hinkomme ist so typisch hallo hoho ja hab mir aber nicht erwischt also einfach mal ein schilder bist und das ging erst recht nicht und dann ihr willst du kannst du tanzen ja da war der steilträger weg mal wieder nach und ich konnte runter wir beide nicht treffen ja mit einem schuss kannst du voll knicken also knicker ich glaube denn da genug brand ist schaffst du es auch ja genau spawnen noch mal vor mir hinter dir das drei jahre noch 8 mal dort Prozent beim Ort und wenn er noch mal treffen gut aber dort und bequem vor so geht es 26 mehr geht 20 ein fünftel ist schon. Ja, ein fünftel ist schon. Ich habe ein Viertel. So, Ansel, Dings, ne? Ja. Und die ganzen Gesichtsmongolen sehen so hässlich aus, Alter. Der Innern hat die Unterlippe an der Nase dran und hat übelst die Gesichtszüge, also die, die, hier, wie nennt man das? Grübchen. Die Grübchen bis zu den Augen hoch, Alter. Das ist so ein Bob. Sie haben alles im Leben. Oh, ich treffe mich. Ja. Genau, zieht ihr mich ab? Klar, siehst du. Wie behindert ist das Game, Alter? Du kannst es einfach nicht. Ja, wenn ich es nicht zotte. Wo bist du denn, du? Na, wo bist du? Na, ich bin unsichtbar. Na, was glaubst du? Was glaubst du? Ja. Und wir haben uns heute in unserer Schulstunde Deutsch-Jahr amüsiert. Ja. Es ging über eine Fliegenklatsche, die bei Teddy nur 39 Cent kostet. Ja. Oh, lol, du hast dich selbst gekillt. Was habe ich? Das Ding, die Statue, das Teil, hat dich gekillt. Dadurch hast du jetzt minus einen Kill. Wie hat mich das gekillt? Na, ich habe Panzerfaustroff gefeuert. Auf das Ding. Ja. Und jetzt hast du dir einen Kill abgezogen. Aber nice. Komm runter da. Geht doch. Hä, wieso? Wie behindert ist denn das Ding? Ohne Scheiße, wieso habe ich minus eins? Naja, weil dich das Ding gekillt hat. Ich killt aber nicht im Ding. Ja, ist klar. Nene-nenehm, nenehm... Dämm, dämm... Spaut er da hinten? Fuck. So nicht! Oh, holoooo! Loa...du hast dich schon wieder zurückeckert? kühlt ja nicht zweimal so, oh fuck ooooh, fast bin dran ja, ok, das war scheiße ne, ich hatte noch 65 leuchtung hat die getroffen? ja dolle mit jetzt nicht, ne, 8 noch äh 8, lol, was war das denn jetzt? scheiße, geht ne, ich hab noch 4 naja, ich hab ne granate noch im letzten moment geworfen lol fuck wie er einmal grad nicht weiß wo ich bin, also ja, lol wie wir uns wieder gekillt haben ja, jetzt steht's 5-0 wuuuuh na, wauw, wauw, wauw wauw, wauw, wauw oh man, scheiße alter oh, was, was kannst du mal sowas knicker knicken alter nicht 89 na, ich hab noch 89 na, ich hab noch 89 na, ich hab noch 89 oh, der war böse du jawohl 7-0 7-0 sie wauw, 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 wauw alter wie ich mich treffen hast du doch ja, muss man sterben musst du Nö, das kannst du gerne für mich übernehmen. Loil, was war das denn jetzt? Du hast mir schon wieder selber killt. Was soll der Scheiß? Ich soll meine Füße gerade abschließen. Ja, was ist das denn, Alter? Komm, lass mich dich noch einmal killen. Dann ist es minus 1 zu 10. Loil. Machen. Nein, fuck. Nein, fuck. Diese Stimme, Alter. Er hat sich zum vierten Mal selber killt. Was ist das denn? Ich sterbe gerade nicht, Loil. Ja. Sogar noch besser. Minus 2 zu 10. Nein. Nein. aber einmal tritt aber den missiviert rechtlich über 7 das wieder die Aufmerksamkeit �� especially nass sie macht es doch in drei Minuten aber auf Maui hier hat er morgen malärke immerhin gewollt in der Titel der Leute 4 4 3 2 2 3 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 4 4 4 5 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 10 6 5 6 5 5 5 Reicht doch! Nein! Er hat dich schon wieder selber Killed! Mann, so ne Humpenscheiße! Ja, du musst dich schön an dem Ding, am Ziel muss ich noch arbeiten! Am Kopf! Oh! Körper erwischt! Ich lebe aber nicht mehr! Naja, du hast noch... ich brauch noch ein Killed an, ist vorbei! Smaul denn? Boah, was? Ja, weil du ein Schilobob bist! Jo, das war's! Moin moin und tschüss! Smaul denn? Tja! Smaul denn? Doktor, die muss noch... wirklich sehr viel üben! Lass mal Montagsdarm gegeneinander zacken! 40 zu 8, ja, können wir machen, aber wir können's halt nicht aufnehmen! Dann werde ich wegwäschen, Alter! Na, das stimmt! Kannst du wissen! Ja, gut, das war's mit diesem Bad! Wir sehen's, das nächste Mal wieder! Und ciao! Ciao!